Herzlich willkommen zur Vorstellung eines Octobars mit einer Leistung von hier im aktuellen Falle von 4000 Newtonmetern. Diese Leistung ist notwendig, um große Armaturen zu betätigen. Die Octobar-Antriebe in diesem Leistungsspektrum verfügen über einige Special Features. Und zwar haben wir hier eine spezielle Ventilplatte. Hier ist es möglich, verschiedene Gewinde einzubringen. Wir können in Halbzoll-Gewinde, Viertelzoll-Gewinde, wir können in PD-Gewinde einbringen, also auch wenn wir zum Beispiel in den Exportmarkt liefern, ohne den Antrieb neu boren zu müssen. Es wäre auch möglich, eine Einzoll-Gewinde einzubringen, wenn zum Beispiel eine Schnellentlüftung des Antriebs von Nöten wäre. Dahinter in Sandwich-Bauweise kommt die Drosselplatte, weil speziell bei großen Antrieben ist es wichtig, um Schließschläge in der Leitung zu vermeiden, dass wir die Antriebsgeschwindigkeit genau einstellen können. On top draufgeflanscht ist das Halbzoll-Magnetventil, weil ein solch großer, volumiger Antrieb eine Menge Luft benötigt, um zu schalten. Ein weiteres Special ist die Flanschplatte unterhalb des Antriebs. Sie ermöglicht hier eine externe Endlageneinstellung, was aus Sicherheitsgründen bei großen Drehmomenten sehr wichtig ist, dass wir die außerhalb des Druckbereiches anbringen. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, verschiedene Flanschbilder in die Flanschplatte zu bohren. Das heißt, wir können anhand von verschiedenen Adaptionen auch verschiedene Armaturen direkt aufbauen oder mit Montagebrücke aufbauen. Benötigen Sie mehr Informationen zu diesen großen Antrieben, können Sie mich gerne kontaktieren oder gehen Sie auf unsere Homepage www.bargmbh.de. Vielen Dank und auf Wiedersehen.